Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Hortel. Warum kann ich da kein Portal setzen? Hm, merkwürdig. Egal. Im letzten Part haben wir, ähm, weitergemacht hinter den Kulissen. Finde ich richtig witzig. Im Menü steht immer noch Testkammer 19, obwohl wir die ja eigentlich schon abgeschlossen haben. Hehehe. Hm, naja, egal. So, ich kann auch gleich mal so Ankündigung machen, ne? Wenn ich mich jetzt nicht vererzählt habe, müsste ja heute auch Weihnachten sein. Also was ist das erzählt? Einen Tag vorher wird das hier gerade aufgenommen. Und die Folge wird morgen verpflichtet und deswegen, äh, fröhlich war ich nur so und ich muss sich gleich mal vorwarnen. Ähm, wenn ihr meinen Twilight Princess Part schon gesehen habt, wisst ihr das, aber ich bin ein bisschen krank. Ich, meine Stimme ist ein bisschen komisch, staunen. Sie können es sein, dass ich gleich ein bisschen leiser spreche. Und auch deswegen, weil, ähm, wow. What the fuck? Nein! Keine rumdrehen. What the fuck? Wow. Äh. Was soll ich jetzt noch sagen? Äh, außerdem ist es auch schon spät und so und alles doof. Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex. Zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war's. Kommen Sie zurück. Mann, der Kuchen ist eine Lüge. Man kapiert es letztendlich. Entschuldigung, aber ich bin da echt ein bisschen, aber folgen müssen kommen. Körperlich und so geht es mir noch einigermaßen gut. Ich bin so ein bisschen kaputt, aber das geht schon. Ist auch später am Abend gerade. Nur ein bisschen blöd, wenn ich mich ja durchziehen kann. Yay. Ach so. Ah, ach so, das ist einfach. Das ist ja auch die Testkamera, wo ich mal warnt, wenn man so auf, also. Sie sind auch schon aufgefallen. Jetzt wohl nur nicht irgendwie für wichtig, das zu wehen. Auch nicht schlecht, ne? Das muss man vielleicht einfach so machen. Zack. Zack. Und drin. Oh. Der Fahrstuhl ist tot. Ähm. Sagte ich eigentlich schon, dass ich das Spiel liebe? Ich glaub schon. Was steht da? Gar nichts. Okay. Äh. Ja, und jetzt? Hier ist zu. Kann ich mich aber nicht durchschießen. Oder? Warte mal. Da rauf. Äh. Ah. Okay. Hier kann ich mich ja auch nirgendwo ran schießen. Doch, da. Ah, okay. Sieht cool aus, find ich. Dieser Spiegeleffekt. Sieht schon sehr nice aus. Hm. Meine Nase ist dicht. Das gefällt mir nicht. Was? Ihr Protection must be worn in this area. Okay. Washwoods oder was soll ich jetzt? Also, Washwoods sollen wir hier tragen. Machen wir aber nicht. Wir sind cool. Äh. Was soll das hier? Ich glaub, da werd ich eiskalt zerquetscht. Wollen wir es mal ausprobieren? Ja, komm. Wir sind cool. Wir probieren es mal aus. Tot. Brutal, zerflitzt. Ich steh. Ich steh in der Luft. So. Da kann ich theoretisch rauf. Guck mal. Yay. Muss ich hier durch? Oh, stück. Hätte ich auch da dann gehen können, wa? Egal. Aber ich kann nicht nur irgendwo durch. Das ist komisch. Kann ich da eins ran schießen, wenn gleich? Nö. Da oben rauf muss ich, glaub ich. Aber da komm ich ja auch nicht rauf, oben. Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. Habt ihr noch Ideen? Irgendwas da. Ah, irgendwas da mit. Wad it. Wad it. Wad it. Ah, okay. So, zack. Mann, die Scheiße. Jetzt kann ich hier kein Portal setzen. Ähm. Da komm ich einfach so rauf. Nein. Nee, das bringt ja auch nichts, wenn ich mich jetzt versuche, wieder raus zu porten hier. Nee, geht auch gar nicht. Ich doch. Würde gehen. Weil es wäre auch idiotisch, weil dann wäre das Kontakteile ja trotzdem weg. Muss ich auch nicht zum Rand porten, irgendwie. Ach so, warte. Zack. Ah. Ist ja geil. Das kann ich jetzt so richtig hier untersetzen, quasi. Warte mal. Hier ist mal machen. Das ist jetzt quasi hier direkt unter. So, als wenn es gar kein Portal wäre, sondern einfach nur ein Loch. Interessant. Okay. Muss ich, glaub ich, grad kriechen? Nee, hä? Ich laufe grad so langsam. Okay. Yay. Okay. Ausgang. Cool. Äh. Was ist noch hier, ne? Bin ja mal sehr gespannt, wenn ich ehrlich bin. Wie lange das Spiel ja noch dauert. Ich hoffe mal nicht, das ist ja letzte Party oder sowas, ne? Wäre ja, äh. Idiotisch. Hep. Hep. So, äh. Ach du Scheiße. Äh. Muss das so sein? Moment. Oh, kurzer Lag. Meinetwegen. Ah, so. Ja, Ladedaten. Cool. Seht ihr wahrscheinlich nicht, ne? Aber hier steht gerade wieder Ladedaten. Also neuer Abschnitt, oder was? Okay. Einmal kurz meinen, äh, Nacken geknackt. Kurz meinen Nacken bewegt, weil der gerade so komisch schmerzt. Geht's auch weiter. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube nicht, dass wir weg sind. Man, dieses Spiel ist so geil, ohne Witz. Das ist so, so cool. Die ganzen Rätsel und so sind richtig geil gemacht. Portal 2 soll ja noch besser sein. Da freue ich mich schon drauf. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Ich hatte Portal 2 schon so gedacht. Ja, wenn Portal an's gefällt, mach ich auch noch Portal 2, aber... Entsähe, ich hab das schon vorgeschoben. Ganz ehrlich, weil... Das ist ursprünglich viel später geplant, aber ich weiß noch vorher machen, weil das Spiel fast so geil ist. Ach ja. So, äh... Muss ich mich da wahrscheinlich raufballern, oder? Oder ich kann auch einfach raufgehen. Das geht natürlich auch. Äh, dahinten muss ich hin. Kann ja mal Portal schießen. Und sterben. Ja. Das war natürlich wieder super durchdacht von mir. Muss mich mal wieder selber loben. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen. Portal schießen und runter. Portal schießen und runter. Da hast du eine Leiter, kann ich auch klettern. Nein! Oh, die bregt vorab. Na klar. Mach mir eben so. Aha, ausgetrickst. Oh, die bregt vor. Hm. Mehr so nach Röhren. Da werden also diese Kugeln, also diese Würfel da transportiert. Sehr interessant. Hat es nicht auch Spaß gemacht, als diese Transform in die Feuerkrube hinaus? was mich jetzt mal unheimlich interessiert der zwei Portale schieße pass mal auf hier von beiden Seiten zerquetscht so ganz ähm tot tut leid die Korschen bis sich mit den Starts und Stopps Automaticaly okay ich weiß immer noch nicht wie das Wort ausgebrochen wird Automaticaly Matthew Kelly nicht weil sie wieder so ausgebrochen wird man die ich wollte eigentlich gar nicht mehr so unbrauchbar bin naja so wie gehen wir jetzt durch da kann ich hin aber bringt mir das was ne da kann ich hin ah ich muss mich hochfahren lassen zack wow what the fuck man da Ausgang Prozent und man hat sie ist durch das Jahr anspruchsvoll da durchschließen Prozent Prozent die 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 da nein scheiße öfff tot als ich verstehe das in der Bahnhof kommen jetzt hier weiter die sich zum festhalten sozusagen weiter an den Kanten scheiß im Kopf okay aha dann haben wir noch fünf Minuten okay mal ein Geschlecht bringt mir auch nicht gerade so viel hier oben wenn ich ehrlich bin da komme ich gerade ich muss mich noch höher schießen da kann ich hin ah muss da auf das Ding drauf bestimmen auch mit dem Weg die Kissen das dürfte kommen glaube ich ich habe gehofft ich dachte ich wollte eigentlich springen er hat es weiß nicht komplett ein so wie es jetzt sind m so hier ein neuer warum mache ich immer alles kaputt ich kann euch was auch gleich von hier machen können zack 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 jetzt hier weiter was ist hier los da ist eine plattform unter mir aber die bringt nicht viel unwahrscheinlich so oder sollte er von hier der reihe auch wenn ich hier bin ich wieder untergefallen ich bin hier ganz unten oder was warum mache ich hier mal alles kaputt das ist echt nicht feierlich 3 Minuten bleiben wir noch um jetzt mal rauszufinden wie es hier weiter geht abgesehen von testkammer 18 finde ich das spiel aber bisher sehr geil und ja schön dass ich genau auf dieses ding da gefallen bin so dass ich natürlich volle kann runterfalle so so weg schräg will ich auch nicht rausfallen bäms bäms wow nicht mal geplant aber gut eben weil es nicht geplant ebenso wow herr wo muss ich jetzt hin mann verdammt äh warte mal ah ich hab ne idee aber nicht warum fahr ich immer runter ich bin echt so ein trottel das ist echt nicht wahr aber ich hab jetzt ne idee wie das geht ich hab ne idee passt mal auf ich zeig euch jetzt mal ne idee nämlich dass wir hier runterfallen nein das ist nicht meine idee ich hab ne idee die wird funktionieren lol wie ich den geflogen die wird funktionieren Leute die ist nach und sicher passt mal auf positionieren wir mal das andere portal da oben zack andere da können wir lassen ruhig ne und ich mach mal da hin da hin wir müssen jetzt genau reinspringen yeah geil ich bin schlau öh what the fuck man gut machen wir uns das einfach wa hier sind sie ganz falsch es ist nicht sicher halt doch die klappe klar dort es ist noch nicht zu spät zu umkehren ich bin nicht böse gehen sie einfach wieder zum test bereit ich bin böse ich glaub auch so das ist ein portal aber ich kann mich immer wieder nirgendwo durchbalanci doch kann ich nicht durch over here ach du scheiße ok nein das war noch mal ein spaßiges Rätsel hier aber gut die Folge ist gut wie vorbei ich will nur ganz kurz checken was hier los ist what the fuck ist hier los alter Schwede so wenn wir hier gehen hier landet auf die komm ich gar nicht auf auf merkwürdig meine Nase ist irgendwie freundlich ich bin ja schon auf dem quasi höchsten Punkt ne da kann ich noch aufwarte aber rückwärts 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 auch im Fuss am Bett gut freundlich zu sagen das war vor dem Freude nicht ankommen mal wieder machen alle die in die in die in die wir wollen wir uns in der nächsten Folge wieder abwarten diese zum nächsten Mal wie ich sagen Bye, let's play party, weiter sehen zu lassen. Tschüss!